Der Sieg ist nah, General. Wir haben in Tatschikistan das Versteck der GBA-Zelle, die alle terroristischen Aktivitäten im Pazifikraum organisiert, entdeckt. Sie wurden autorisiert, unsere Feinde mit einem Atomschlag zu vernichten. Das Schicksal Chinas liegt in ihren Händen, Genosse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab echt langsam keine Lust mehr. Ich hab echt langsam keine Lust mehr. Bauarbeiten beendet, Genossen-General. Wir greifen es wieder an. Ja, ganz toll. Drecksack! Verderben an den Zweiten! Verderben an den Zweiten! Upgrade vertreten! Ich kämpfe für mein Volk! Wir rücken vor! Für die Rote Armee! Es gibt keinen Kopf! Ich kämpfe für mein Volk! 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 Ach, komm, wir bin doch nicht auf den Sack! Äh, Drecksack! Wir sind unmittelbar! Einheit verloren! Ja! Verteidiger des Friedens! Wird gemacht! Panzerjäger hier! Ja! 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 Das sind die Feier des Himmels! Lasst uns bauen! Das wird mal ein hübsches Geschehen! Ich baue uns hier! Ach so, ich brauch ja ja, das stimmt ja. Ja! Ich muss jetzt mal auswählen bleiben! Die Fußballschirren nicht auswählen! Ich bin... Nein! Der Fußballschirren nicht nachhören! Ich bin... Ich bin... Ich bin ein bisschen... Beide hier! Ich bin ein bisschen beobildet, ja... Rohrepolite und Geschmier. Verlust, Feuer! 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 So! Wo sind die beiden? Ach, die sind schon da. Wunderbar. Schwünge. Boah, ich kann doch nicht mal richtig aufbauen, da haben die schon den Skatsturm. Drecksäcke. Feindpanzer und so abgeschlossen. Unsere Basis steht außer Bischof. So, wir werden im Wohlstand leben. Ein sehr guter Plan, Genoss, General. Nein, du sollst das bauen. Ein hübsches Gebäude. Ich werde arbeiten. Diese Schlacht haben wir gewonnen, General. Wir müssen eine Basis errichten, bevor die GBA erneut angreift. General, unsere Vorräte sind erschöpft. Es muss irgendwo in der Stadt ein Nachschublager geben. Finden Sie neue Rohstoffe, bevor es zu spät ist. Wir liefern jetzt aus. Echt? Liefert ihr jetzt aus? Wunderbar, das freut mich auch. Ich werde gehorchen. Gehe ja schon. Ich bin die Artillerie. Suchen wir die Panzer. Lasst uns bauen. Das wird mal ein hübsches Gebäude. Scheiße, nein. Was wollen Sie von mir? Da kann ich nicht bauen. Näääää. Das geht so nicht. Oh, links mit Dumpf. Allstor. Es ist verdammt schwierig. Äh, sich auf die Geldreserve zu konzentrieren. Äh, wenn man von allen Seiten die ganze Zeit angegriffen wird. Hallo, ich hab gesagt, war alle da rein. Suchen wir die Panzer. Warten auf Befehle. Im Namen Chinas. Ja. Los, Gebäude besetzen. Das ist verdammt schwierig. China war sehr großzügig. Wir sind fertig, Genosse General. China wird wachsen. Ja, es geht los, genau. Wir haben große Pläne. Ausgezeichnet, Genosse General. Unser Nachschub ist gesichert. Zeigen wir Ihnen die Macht der Förster. Bauerarbeiten beendet, Genosse General. Wunderbar. Ein von dir. Ich werde arbeiten. Was wollen Sie von mir? Ich tue, was ich tun muss. Hey! Wo lachst du denn hin? Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Hallo? Würdest du mich verarschen? Sag mal, du sollst hier arbeiten. Los! Meine Güte. Das habe ich ja noch nicht gelebt. Äh. So. Das braucht man auch. Gute Entscheidung. Das ist mir fein. Nein. 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 Skorpion-Rakete installiert, Sir. So. Skorpion-Stich-Zug. So. Wieder ein Gebäude fertig. Ja. Skorpion-Stich-Zug. Das ist jetzt erst mal unrichtig. Skorpion abgeschlossen. Kriege ich ein paar Schuhe? Ich tue, was ich tun muss. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Skorpion-Stich-Zug. Skorpion-Stich-Zug. Schuhe. So. 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 ich muss auf jeden fall irgendwie hinkommen da ist unterbewusste beeinflussung aktiviert nur das ist nicht so es war hier 3 wir sind fertig genossen general ein lauren feinde ein lauren feinde weitere befehle ich baue für china weitere empfangsradius gute entscheidung freiheit für unser land gb aufklärungsdienst wir werden im wohlstand leben ich baue für china jetzt brauche ich endlich mal ein bisschen kohle man ist nie allein das war daneben 1490 700 wir werden im wohlstand leben noch 18 sturm abgefeuert weg da 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 der geht doch hundertprozentig hier hin sie greifen unsere basis an einheit oder auch nicht schuss einheit verloren Ach nee! Schlaumeier! Jaaa, du baust für China! Scheiße! Konstruktion abgeschlossen! China war sehr großzügig! Ich werde arbeiten! Oh, schon gut! Ich werde arbeiten! Ich werde arbeiten! Gibt es kein besseres Werkzeug? Huch! Wann geht's los? Jetzt! Das Feuerwerk geht los! Es geht los! So, das hätten wir... Jetzt sind wir heute fertig! Das Feuerwerk geht los! Das Feuerwerk geht los!